Weißt du übrigens, dass wir schon seit 2 Stunden und 16 Minuten jetzt spielen? Das sind wenig, oder? Das sind 6 Folgen. Okay, fast 7. Ja, jetzt stellt sich immer noch die Frage, wo kriegen wir das ganze Zeug her, was wir brauchen? Wie wird das Upgrade? Ich weiß es nicht. Guck ja schon. Ich muss erstmal alles wieder fachgerecht einräumen. So, jetzt wieder ein paar Bandage machen. Die Bandagen bringen ja viel mehr, ne? Also viel schneller. Okay, dann bräuchte ich diese roten Dinger. Das war grad echt ekelhaft. Starboard hat überhaupt nicht reagiert, ne? Und dann kam auch die Fehlermeldung, Starboard reagiert nicht mehr. Ich denke so, scheiße. Es wird abgestürzt und dann wumm. Alles wieder rein. Geht's wieder weiter. So. Okay. Ähm. Ich freue mich auf die Arc. Wir brauchen einen Teleporter bei uns im Haus, damit wir uns direkt auf die Arc beamen können. Wir müssen... Keplern Teleporter, äh. Den können wir irgendwo mal aufbauen, aber das wollte ich schon professionell aufbauen. Ja, so halt fest, ne? So. Was bringt eigentlich dieses Winning... Das Winning-Ticket? Das ist, glaub ich, einfach nur wegen Achievement sowas. LOL. Zeig dir mal dieses LOL eigentlich. Warum nicht? Ich tack das voll oft. Ja, das meinte. Das ist wegen jedem Scheiß so LOL. Ich denke mir so, okay. Okay. Ich denke mir das. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Wie groß ist denn dieser Planet, bitte? Wie groß ist denn dieser Planet, bitte? ardan mal. Das Shol war dieils. Ja, du siehst denn da. Dreht den Lang-Aus张, Ich war schon so lange nicht mehr auf der Ark, dass ich keinen Plan habe, was man hier überhaupt noch machen kann. Kaufen, Verkaufen, mit Monster quatschen. Was können wir eigentlich mit diesen Eiern anfangen? Diesen Robot, Hen, Egg und so weiter. Ich weiß nicht, was du da glaubst. Bei der Terra Mart. Food, Farming, Pets und Fleisch. Ich muss jetzt mal essen. Oh oh. Oh, es kommt. Oh, es kommt. Die Gegner. Was machst du denn? Gegner töten. Immer noch einen Piratenchef? Quest. Auch schön, dass wir die Questen zusammen machen. Das ist ja eine Nebenquest. Egal. Du warst meine Piraten. Ich hab doch gerade angenommen. Du wolltest doch auch was annehmen. Ich muss jetzt einfach was essen. Bei uns zum Geiler kann ich mir nichts machen. Oh, Kühlschrank. Ich nehm den Kühlschrank mit. Ah ja, geil. Oh, Kühlschrank. Ich nehm den Kühlschrank mit. Toll. Wo bist du denn hier? Ah, ich hab schon wieder gesagt. Soll hier Leute umbringen. Aber ich denk, ich hab schon alle umgebracht. Alle Agenten müssen umgebracht werden. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, was ist das denn? Zombie-Affe. Stand auf einmal vor mir. Alter, du sollst springen. Oh mein, die Menschen mal sehen die so richtig geil aus, die Waffen. Aber dann sind sie wieder so kack Waffen. Oh, warum ist alles hintergefallen? Jetzt ist ja alles giftig. Was hat er dafür? Ach, das ist Stacheldraht. Cool. Ich hab Musik ins Moment gefunden. So. Ich hab noch alles aufgenommen. Was? Hey, cool. Schlecht. Hey, du hast da unten was fliegen lassen, Pixel. Ich hab grad ein anderes Problem. Ah, daneben. Du hast da unten was. Haha, du hast da. Hä, ich hab viele lassen. Dann z So, hier sollen angeblich noch Agenten sein. Wo ist denn hier noch ein Agent? Die haben doch schon alle aufgebracht. Da ist ein bisschen komisch, oder? Was? Die hatten so einen blauen Fall. Ich hab die alle umgebracht. Angeblich soll es hier noch irgendwie einer sein. Wo ist der Fall? Der springt die ganze Zeit. Wie stark springt der denn? Der tut die ganze Zeit hier im Kreis nicht bewegen. Wie ich mich bewegen zeigte. Nach oben, nach unten. Au. Alle umgebracht. Keine mehr. Ich geh jetzt zurück zum Piratenschiff. Und... Ah, hast du jetzt nicht mal Eisen gefunden für mich? Ja? Mensch... Das wäre nie was. Brauchen wir das denn als, ähm... Bahren oder als, äh... Ohr? Eisen... Eisenohr. Vier Eisenohr brauche ich. Das wie in der Hause hat. Neumann? So. So. Also... Ich hab die Filme. Nein, das ist nicht so. Ich hab die Filme. Wie ist das denn? Ich habe nicht mehr, denn ich habe den... Leben in Meeren. Wie ist das? Bist du beim Piratenschiff? Noch nicht. Komm ich da hin. Du kannst mich ja zum Hinkommen, wenn ich zeige, wie es da hingeht. Kannst du auch natürlich zu mir beieben. Ja, bin da. Ja, bin da. Ja, bin da. Ich hab doch keins. Wie, du hast kein Eisenohr? Ja, wo soll ich ein Eisenohr jetzt herbekommen? Mal eben so. Hä? Du hast gesagt, du gibst mir ein Eisenohr. Hä? Wenn ich will, das stünde. Du hast gerade gesagt, du hättest zu Hause ein Eisenohr gehabt. Ja, da war nur eins. Ja, pff. Also vorher müssen wir noch sagen, gibst du mir das. Ja, wenn ich welches habe, dann ja. Ja, sag doch, dass du keinen fasst. Ja, ich wusste ja noch nicht, wie viele wir zu Hause haben. Und zu Hause habe ich dir gesagt, wir haben keine mehr. Ja, gar nicht gesagt. Noch. Nein. Nein. Alter, wo ist noch Schiff? Das ist ein Prank. Das ist in eine andere Richtung. Das ist ein Prank, das ist ein Prank, das ist ein Prank. Krass, das hast du gepackt. Krass, das hast du gepackt. Danke. Danke. Lass dich scheiß auf die Quest. Ich scheiß auf das, was du dir geben könnt. Stop Tracking. Benden. Warte mal, warte, warte, warte. Hey, danke. Hast du noch die Eisenohr? So, was müssen wir jetzt machen? Scannen, ob ich jetzt... Nein, das weiß ich immer noch nicht. Hä? Das musst du mal machen. Chris? Was? Was müssen wir machen? Wie, was müssen wir machen? Ich hab da wieder auf XZ geklickt. Jetzt hab ich keine Ahnung, was ich machen muss. Wir brauchen zwei Eisenohr. Eisenbarren. Barren, meine ich. Ja, warte, bleib du mal hier. Ich geh mal kurz nach Hause und guck mal, ob wir welches da haben. Zwei Eisenbarren? Ja, für jeden dann, ne? Also, vier dann. Ja. 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 Ja, ja. Zwei Eisenbarren. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017